Molo und herzlich willkommen zusammen wie auf meinem Kanal. Geiler Start. Wir spielen weiter an der NHL-Karriere. An der NHL-Karriere. Ja, es gibt auch bald ein NHL-Biathlon-Turnier, wo es eventuell sogar um Preisgeld geht. Nämlich nicht vergesse, packe ich euch den Link zu den Discords, auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Ähm, ja, wir sind vom letzten Massenstart aus auf Platz 3 gestartet. Jetzt sind wir auf Platz 8 abgerutscht. Aber gut. Ist ein bisschen suboptimal, muss ich zugeben. Aber Zanka hat es immer noch geschafft, um gelb zu bleiben. Großer konnte sie sich vorarbeiten. Und mehr kann ich mir nicht merken. Ich glaube, Broschanico... Ähm... Genau. Herr Langer in Rot. Das ist eine ganz komische Mischung von den Farben da vorne her. Ja, verwachsam wurde es auch... Habe ich mich auch erst mal... Ähm... Jo... Ja. Hm. Platz 12... Oh Gott, es wird so schrecklich. Hier hat schon 3,6 Sekunden hinten. Gar kein Bock. Wo ist eigentlich der Realismus hin? Es gab mal eine Zeit lang, wo die gefühlt alle in eine Reihen gelaufen sind. Aber... Ist wohl vorbei. Warum... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Platz 5, Platz 6, Platz 7, Platz 18. Ah, ja. So ist das. Jetzt schon eine Strafe von auf der Läupe verloren. Ganz chillig. Ein Fehler, Digga, ich bin sofort raus, Digga, dann quitte ich auch hier raus, sonst gibt das Race und beende das Video, Digga. Weil dann hat's Reethock keinen Sinn, auf so einer beschissenen Huren, so einen Strecke. Naja, wir können hier nochmal Plätze gut machen und sind fast auf Platz 10. Ja, geil, oder auch nicht. Ach, komm, fick deine Mutter, Digga. Du bist Drecksgelb. Digga, was soll ich dir mit einem Fehler machen? Massenstatt ein Fehler, du bist raus, du kannst dich für abschieben. Was soll ich jetzt mit diesem einen Fehler machen, hm? Platz 14, wie abgrundtief, Scheiße, Digga. Kann ich nicht irgendwie dieses Laufen skippen? Ich hab so keinen Bock mehr. Ich will auch gerade gar nichts aufnehmen. Aber man, scheiß Cutter will das wieder. Wenn ich keinen Bock drauf hab, wird's auch keine Videos mehr geben. So einfach ist das. So, vielleicht jetzt mal ein bisschen Zeit gut machen. Ah, ne, Energie verschwinden lassen. Okay, hab ich verstanden. Ja, wir konnten, ach, ich kann nicht mal ne Sekunde gut machen, wenn ich den kompletten Berg hoch sprinte. Über Plätze brauchen wir gar nicht erst zu reden, wie lächerlich. Ja, sprintet da alle hoch, wir Barste-Hade. Ja, sprintet da alle hoch, wir Barste-Hade. Und was ist, dass ich diese Format hast, ist, dann wird's auch keine Videos mehr hier zu geben. Ach, Digga, ich werd von nem Chinesen auf der Läupe eingerohlt. Mein Ende, die ist auch nicht mehr vorhanden und cool. Echt cool. Der Schlagpetale, danke. Wir holen weiterer Fehler. Und langer ist halt vorne, wie der ist es so dumm. Kann so'n Hund vorne sein. Digga, Großelger. Hä? Digga, ich fall' hier auch auf der Strecke wie ein Huren, weil ich heiße Gewachs hab, Digga. Hunde. Wie komm, ich lass' dich äh' ein Hunde, hab' ein Hunde, hab' eine Hunde. Na komm, hunde, hol' mich ein, dummer ade Hunde, hab' eine Hunde, hab' Sache. Was ist es denn so'n Hunde, 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 hab' dann und sag' dich, das ist ja auch vorbei. Uuhu. Zurückrufe. Ich komm' hier, hör' ein Hunde. Hur' zu schäu' ein Hunde, hab' ich mich übergeises. Du bist, ich hab' alle, ich will, du' mich über die Läupe. Komm' da geh' ein Hunde und hast'n Hunde. Kassel die Scheiß Kassel die Scheiß Kassel die Scheiß Kassel verursacht dann nicht